Hallihallo, ich bin Charlotte Eine, Flötenspielerin und heute möchte ich mit dir Halleluja von Leonard Cohn lernen, das Lied aus dem Film Schreck. Hallihallo, ich bin Charlotte Eine, Flötenspielerin und heute möchte ich mit dir mit dir Hallihallo, ich bin Charlotte Eine, Flötenspielerin und heute möchte ich mit dir Hallihallo, ich bin Charlotte Eine, Flötenspielerin, Flötenspielerin und heute möchte ich mit dir erst bestimmte Lieder spielen möchtest, schreib es mir bitte in die Kommentare. Das ist gut, dann weiß ich, was für Lieder ich für dich aufnehmen kann. Und wenn du möchtest, abonniere meinen Kanal kostenfrei. Falls du noch mehr Musik mit mir machen möchtest, dann komm montags um 17.15 Uhr in meine gratis Kennenlernmusikstunde und den Zoom-Link findest du unten in der Beschreibung. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast, vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.